Wichtiger Befreiungsschlag. Es zieht ihn also nach London. Er geht zum FC Chelsea. Er versucht's. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Besser geht's nicht. Hier nochmal. Flanke kommt exzellent. Er nimmt Maß. Und dieser Volley ist ein Traum. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.